Musik Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das fröhliche Signet hier hinter mir steht seit einiger Zeit auf den Arni-Biskuwi und garantiert wie früher das Arni-Herz für die bewährte Qualität. Das Beste von Arni gibt es als Premiolinie mit besonders feinen Confiseur-Biskuwi wie das Schokomedaille, das Rigolo, das Gœur de Lys oder das Engadina, die von den Arni-Konfiseuren nach einem Spezialrezept aus den Bündner Bergen komponiert wurden. Das zarte Honig-Nuss-Gebäck wird mit einer Baumnuss-Caramell-Crème gefüllt und zuletzt noch fein bestreut und wie man sieht, auch immer wieder kritisch beruft und degustiert. Offenbar sind die Arni-Konfiseuren mit dem Ergebnis zufrieden. Ihre Biscuisi werden zwar ohne das alte Herz, aber immer noch mit viel Liebe packen. Ich weiss nicht, mit was die Arni-Konfiseuren ihre Berufskleider waschen lassen. Schauen wir doch gerade mal, was die Spezialisten von Steinfeld zu diesem Thema zu sagen haben. Guten Tag, darf ich Sie schnell etwas fragen? Sicher. Kann man Buntes, bunter als bunt waschen? Blödsinn. Sicher nicht. Aber die neue Colorformula von Multicolor macht Gelb-Gelber, Grün-Grüner. Und Sie werden nicht einmal mehr rot dabei. Hören Sie, erzählen Sie das, wem Sie wollen. Schliesslich habe ich das Original, mein Magen. Wenn alle Leute in der Schweiz ein Buntwäschmittel statt ein Vollwäschmittel einsetzen, könnten jedes Jahr mehr als 350 Eisenbahnwägen Vollbleichmittel eingespart werden. Wenn Sie aber mal etwas Weisses, wie zum Beispiel eine Sonnenbluse, waschen müssen, ist MAGA Plus die ideale Ergänzung zu jedem Bunt-, Flüssig- oder Colorwäschmittel. Dank speziellem Aktivator ist MAGA Plus schon bei tiefen Temperaturen wirksam und darum auch zum Einweichen bei hartnäckigen Flecken wie Wein oder Obst höchst geeignet. Ein exklusives Angebot für MAGA Plus finden Sie übrigens diese Woche in der COBE-Zeitung. Und in der COBE-Molkereiabteilung finden Sie den ersten Burger mit den Bio-Knospen. Der gesunde und vollbiologische Burger von Galactina ist schnittfest und lässt sich leicht portionieren. Er ist in wenigen Minuten goldgeilbrötelt oder paniert und gibt mit einer Beilage serviertes Vollwertungsmenü für Gross und Klein. Der neue Burger ist von einem erfahrenen Team von Köchen und Ernährungsberaterinnen entwickelt worden. Darum ist er nicht nur gesund, sondern auch gut und bietet Köchinnen und Köchen mit Fantasie eine breite Palette von Zubereitungsmöglichkeiten. Möchten Sie wissen, wie ein gesundes Produkt ist, wie sich es zusammensetzt, ob es für Sie selber gut ist und auf was Sie beim Zubereiten besonders achten müssen? Ein Blick auf die Bepackung schafft Klarheit. Guten Tag Herr Kaller. Guten Tag Herr Kaller. So, haben Sie Ihres Cholesterin wieder im Griff? Auf dem besten Weg dazu. Dann müssen Sie jetzt aber streng Diät halten. Ja, nicht eigentlich. Ich muss noch richtig einkaufen und bewusster kochen. Oder anders gesagt, ich schaue genau auf den Fett- und Ölanteilen in den Nahrungsmitteln. Und heute liese ich natürlich auch die Nährungsinformationen, die auf jeder Kohlpackung stehen. Und was hat das mit dem Cholesterin zu tun? Mehr Fett in der Nahrung heisst automatisch mehr Cholesterin im Blutfräden. Fettarme Nahrungsmittel haben auf 1 Gramm Eiweiss höchstens 1,5 Gramm Fett. Dann nehme ich nur entrammte Milchprodukte und die Wurstware leid. Aha, weniger Fett heisst weniger Cholesterin. So einfach ist das. Aber weniger Stress und jeder Tag ein bisschen Bewegung. Hört aber auch dazu. Wem sagen Sie das? Eine fettarme Ernährung, weniger Stress, mehr Nahrungsfasern und tägliche Spaziergänge halten den Cholesterinspiegel im Gleichgewicht. Zwei Kilo Navelas Orangen aus Spanien kosten bei Goop nur 1,80. Und ein Kilo tiefgekühlte Pommes frites von Goldstar gibt es für nur 3,20. Alle Coupes Chantilles Light und Normal kommen Sie im Duplo Pack über für nur 1,20. Rindfleisch gibt es das Wochenende 20% günstiger, und zwar jedes Stück von Ihrer Wahl. Ausserdem offerieren wir Ihnen ein Kinderpyjama aus Bauhalen für nur 15 Franken. Noch rasch ein Blick auf das Menü unter 10 Franken, das morgen für Sie in den Goop-Restaurants bereitgestellt wird. Es ist Röstipik nach Wattländerart, mit Saucison und Rahmlauch, und kosten tut das alles nicht mehr als 7,80. Soviel für heute aus dem Goop-Studio. Am nächsten Mittwoch haben wir für Sie wieder einen Beitrag zum Thema gesünder Essen und stellen Ihnen das neue biologische Goop-Joghurt vor. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder dabei. Besten Dank fürs Interesse und auf Wiedersehen.